Ich habe es natürlich mitbekommen, ich habe es gelesen. Ich muss aber sagen, dass es nicht mein Thema ist. Mein Verantwortungsbereich ist der sportliche, ist die Mannschaft und da fokussiere ich mich darauf. Wenn wir natürlich auch mit guter sportlicher Leistung und Verbesserung unserer Situation dazu beitragen können, dass sich das alles entspannt, dann bin ich der Erste, der dann voraus und vorangeht. Für einen Trainer ist es immer gut, wenn auch etwas Spannung drin ist im Training und die Spannung hatten wir diese Woche und für mich ist es immer besser, wenn ich etwas Spannung rausnehmen muss, wie wenn ich Spannung aufbauen muss. Das zeigt ja auch ein Stück weit, dass die Mannschaft lebt und dass sie da ist und dass sie will. Jetzt geht es darum, dass wir genau diese Trainingsleistung, genau diese Spannung, auch diese Aggressivität ins Spiel transportieren. Und wenn wir das schaffen, dann wird es nicht ganz so einfach für unseren Gegner. Meistens ist es ja dann so, dass wenn man gerade gegen die Mannschaften wie jetzt Fürth oder Bochum nicht seine Punkte holt, dass dann so eine öffentliche Diskussion gestartet wird, gegen wen kann man jetzt noch Punkte holen. Aber der Fußball funktioniert nicht so.